Hallo, ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich Willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Folge spreche ich mit Ernährungswissenschaftlerin und Kollegin Lisa Nentwig. Sie betreibt den Blog Dinkel und Beeren und teilt dort fundierte Ernährungsinfos. Es geht vor allen Dingen in diesem Interview darum, welche Ernährungsfakten Du wirklich für bare Münze nehmen kannst, warum es so wichtig ist, Ernährungsinformationen immer differenziert zu betrachten und wo es wichtige und gute, verlässliche Quellen gibt, wo Du Dir diese Infos beschaffen kannst, anstatt Dich von der Vielzahl der Informationen, die kursieren, verwirren zu lassen. Wir sprechen unter anderem über Nährwertkennzeichnungen auf Lebensmitteln, wir sprechen über Zuckerersatzstoffe, über Rezepte und was wirklich gesund ist.